Fünf... Vier... Aha... Fick dich, Game! Oh, nö! Muss ich jetzt echt hinterher? Oh, wei! Ja, anscheinend. Hier bleibt mir jetzt nichts anderes übrig. Oh! Wer denn, Dude? Mach das! Und nochmal vielen, vielen, vielen Dank! Vielen Dank fürs Vorbeischauen, für die Schwende. Vielen, vielen Dank! Ach, jetzt ist hier alles kaputt. Jetzt ist hier keine Nummer. Liegt hier irgendwas? Da ist nichts drin. Das haben wir ja schon durchgelesen. Da ist nichts drin. Okay. Wow, Telefon schmilzt. Lecker! Guck mal, das ist sogar zugemauert da. Oh, ich bin abgeschlossen. Aha... Wow, ist das mein eigener Finger, oder was? I needed a finger. Chopped it off. Easier than sawing a leg. Washed it, dried it in an oven. Fell asleep. Almost burned it. Will I manage to pull this off? Bleh. Ekelig. Oh, noch ein Ding danach. Ach, ist das in Form an. Okay, das haben wir jetzt. Weinflaschen sind weg. Guck mal an. Jetzt steht aber der Sitz wieder hier. Vorhin war das alles kaputt. Jetzt steht der Sitz wieder hier. So, eine... fucking Türe noch. Eine fucking Türe noch. Alte Küche. Im wahrsten Sinne alt. Die ist jetzt richtig kaputt. Okay, da ist nichts drin. Da ist auch nichts drin. Da ist nichts drin. Da ist nichts drin. Da auch nicht. Und da auch nicht. Guck mal, alles hier rumgeflattert, ey. Alles ist in die Mitte geschmissen. Hab ich alles total zerranzt und kaputt hier. Wahnsinn. Es war einmal ein Mann voller Passion. Doch dann geriet seine Frau aus der Fasson. Ihr Gesicht war eine Qual. Sie wurde ihm egal. Sie hasste den Mann mit Passion. Mach das, Nico. Wow, voll das Geräusch gerade. Oha. Guck mal, die hat eine Ratte in der Hand. Wie so eine Rattenfrau oder so. Wow. Oh, was passiert hier jetzt? Oh, das ist laut. Oh, das ist laut. Oh. Oh. Oh, das ist laut. Oh, das ist laut. Das sind ja fliegen. Oh, nein. Oh, nö. Ge weg. Ge weg. Oh, nö. alles zerstört er ist schon wieder boah manny ist kaputt hier im moment erst noch gehen wir darüber ja 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 Oh, come on. Was ist das Kranke? Okay, so langsam verstehe ich's. Wahrscheinlich ist irgendwas passiert. Sie hat sich Verbrennungen zugezogen, was weiß ich nicht was. Und... Und darunter leidet sie praktisch jetzt. Das andere war wahrscheinlich eben das Bild, wa? Oh, will ich das? Okay. Keine Ahnung, was ich da machen soll. Wow, ich muss aber irgendwas machen, oder? Och, nö. Sehr geehrter Herr, meine Ehefrau wäre davon begeistert, auf ihrer Hochzeit zu spielen. Bitte rufen Sie uns heute Abend an, damit wir die Details vereinbaren können. Unsere Nummer lautet 363 853. Ich hoffe bald wieder von Ihnen zu hören. 363 853. Ich habe keine Ahnung, was ich hier machen soll. Was soll ich jetzt hier machen? Keine Ahnung. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. November. Es ist alles so sinnlos. Die Musik half. Sie tut es nicht mehr. Okay. Fuck. Vorsicht wieder normal aus. Fensterbank. Oh, whoa. Oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Hey, musst du schon wieder allein jetzt? Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Ist das alles unter Wasser oder wie? Ah, jetzt kann ich auch. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Gehst du überall so Schachtdinger finden oder was? Liegen doch überall hier auf dem Boden. Alter, was passiert hier, aber ich krieg Gänsehaut, ey.